hey leute was geht ab willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal ich zeig euch heute nämlich eine neue waffe im game ja die schauen wir uns jetzt mal gleich an nämlich eine neue pump gun ich erzähle noch nicht so viel aber habt ihr schon gesehen wir gehen jetzt zu connie crossroads leute in letzter zeit habe ich ein bisschen weniger fortnight hielt nein spaß aber irgendwie habe ich mich wieder verschlechtert wenn mein bruder von morgen bis abends gespielt hat ich wenn ich ja nicht jeden tag spiele verunwöhne ich also wie soll ich es jetzt genau beschreiben ich weiß nicht aber ich bin schlechter geworden jetzt okay aber trotzdem ich war so gut wie möglich spielen so gut wie möglich nur weil ich habe mich ein bisschen verschlechtert aber egal letztes mal haben mich bots gekillt was das war so peinlich hoffentlich könnt ihr es hören ok leute wir landen crossroads und nein kommen auf den zeppelin gehen wir hier genau hier übrigens nur das geht immer freischalten kann ich habe direkt eine spitzhacke dazu sollen wir mal einmal die zufällige skin challenge machen das würde mich sehr interessieren nehm ich das würde mich jetzt sehr interessieren oh da ist ja schon die neue punk gun direkt leute schaut ihr habt nur einen einzigen schuss oh nein meine kleine schwester ist hier oh mein gott leute ich muss mal kurz die tür zu machen leute ja genau bist du auch leute bist du auch leise bist du auch leise ja leute oh mein gott wie krank ist das bitte nein das ist eine pump gun oh mein gott der kid mich jetzt wirklich hat er nicht macht er nicht oh boss leute ich muss los boah das war knapp leute knapp 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 das ding tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü mehr kann ich jetzt nicht sagen es ist eher ein sniper als ein pump gun das stelle ich gerade fest es ist er es ist eine sniper und ranger sturmgewehr als eine pump gun leute verstanden ich sage es jetzt noch zum letzten mal genau wenn wir sterben endet das video wenn wir nicht sterben ich bin so krass gehypt wie die waffe sich so richtig schlägt weil ich habe die waffe noch nicht ganz getestet und weiß jetzt auch gerade nicht wie so ist leute nur damit jetzt mal oh mein gott headshot 100 und ist eine grüne sogar gewesen omg das war sogar noch die grüne und die hat so viel schaden an kopf gemacht ich kann euch nur eins sagen diese dinger sind einfach zu krank der der kann nie im leben besser als ich gewesen sein leute part 2 kommt bald das war erster part bald kommt part 2 tschau kakao